Computer-Lockbuch Nummer 1 von unserem Tramschiff Surprise, Captain Cork. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Man hat uns ein Fax geschickt. Der Befehl lautet, rettet die Erde. Haben wir überhaupt Zeit für sowas? Ja! Hier spricht die Pulle, was gibt's? Ah, ja, hol auf! Die Zukunft unserer Welt liegt allein in Ihren Händen. Mops-Geschwindigkeit! Captain Mops-Geschwindigkeit ist mit Verlaub gerade ein bisschen dämlich. Warum? Wir haben an Marder Schaden. Sie kämpfen gegen das unfassbar Böse. Ich freue mich, Sie zu sehen, Lord Maul. Schleimer! Fertigmachen zum Behmen? Das Behmen geht mir doch immer so auf den Sack. Das größte Abenteuer der Menschheit beginnt. Habt ihr ein Taxi bestellt? Ich weiß, ich hab's bestellt. Es war ganz allein meine Idee. Sie haben eine Mission. Eine Zeitreise. Die Reisepast dabei. Sicher. Fändest du zugemacht? Ja, ich hab sogar die Chalassinen runterglasen. Festhalten, es geht los. Ah! Ach, hat einer von euch einen Tintenkiller? Angst zum blassen Mädels, sonst würde ich schwindelig. Die Schweine sind in die Vergangenheit gereist, um unsere Existenz zu vernichten. Schnappt sie euch! Oh, Willi. Willst du mich glücklich machen? Na, was bist du denn für ein Schweinchen? Na, darf ich den doch mal anfassen? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin mir glücklich. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin mir glücklich. Vielen Dank.